Ach schön, so, lass mich mal ganz kurz gucken. Sleep Powder, auch voll cool. Eiswind, kann das jemand lernen? Erdbeer kann Eiswind lernen. Das könnte man vielleicht noch mal machen. Auch mal für Twister, oder? Der Gegner flinscht vielleicht, aber nicht unbedingt. Doch, mach mal Twister weg. Ich bring ihm mal Eiswind bei. Nur einfach mal so zum Gucken. Shadow Ball, kann immer noch nur Fina lernen. Ice Punch? Nee, kann keiner lernen. Swagger, Sleep Dog, Swift. Fire Punch, kann auch keiner, ne? Burner kann Fire Punch. Voll vergessen hier. Aber der hat eigentlich mit Flame Wheel 60er. Fire Punch ist ein 75er. Mit Step, aber wenn er Spezial höher... Mach mal Smokescreen weg. Ich behalte mal beides. Mach mal Smokescreen weg. Ja, so, okay. Haben wir das auch schon. Ich würde ja fast sagen, wir treten direkt gegen... ...gegen Sandra Ander, ne? Ja oder nein? Warum eigentlich hier nicht? Ja, ist doch eigentlich... Eigentlich kann da nicht viel kommen von hier. Ganz ziemlich schwieriges Seedra King, aber das könnte ich zur Not einfach wegbogen. Unten ist eigentlich auch... Das ist die Dunkelhöhle. Dark Cave. Gibt's aber auch nicht... Jetzt regnet... Ne, dann geh ich in die Arena. Ich hab keinen Bock bei Regen da unten rum zu rennen. Okay, los geht's. Ähm, Sandra fängt glaube ich an mit drei Dragoniers und dem Seedra King. So, machen wir mal eine Safe State davor. Nicht, dass die wegbackt, wenn ich das schwarze Ding da anspreche. Ich möchte mir Smokmok eigentlich gerne aufsparen. Mag nachher anfangen, wär ganz cool, oder? Erdbeer ist eigentlich... Ja, mit Spezialzug für 100, mit Eiswind ist das eigentlich ganz gut. Tornupto... Ja siehste, Tornupto hat einen Spezialangriff, so durch den Angriff. Wir haben 22, wär mein Fire Punch dann... Ja, der war wohl nicht schlecht. Äh, Hope. Ja, Pesti kann ich hier natürlich vergessen. Äh... Ich glaub ich fang mit Magnaian an. I'm Claire. Ich bin ein schwarzes Manneken. Das war der falsche Ausdruck. Okay, das Ding ist nur 41. Wenn ich Glück habe, flinch da ein, zwei Mal, dann hab ich ihn. Ah, der kriegt auch noch Drain Rage raus. Das ist ein 3-Head. Nice. Nochmal Drain Rage näher. Da hol ich jetzt mal... Ah, ich weiß nicht was das Ding kann. Ich bleib drin. Das ist 42. Flinch. Nice. Scary Face. Okay. Okay. Jetzt heilt sie. Das ist schon mal sehr gut. Dann zieht ihre Heilung raus. Oh, Dragonclaw. Uiuiuiuiuiui. Ah, schade. Schade. Dann kommt Ryu rein. Smog, Mug. Erstmal ne Sludge Bomb. Weg. Percy 26. Kingdra. Okay, jetzt kommt Kingdra rein. Gegen Kingdra würde ich gerne... Ich würde drin bleiben. Ah, Surfer. Oh, Crit. Er flucht. Das ist ätzend. Ja, da muss ich eben... Da muss ich reviven. Boah, Alter. Der hat ein Crit, ey. Killt mich sofort. Das ist krass. Ich hätte meinen Ryu gerne dabei. Ja, Smogscreen. Alles klar. Zug verschwendet für ihn. So. Dragon Breath macht nicht allzu viel Schaden. Wäre auch nur ein 3-Head. Ähm... Wehe. Ah, das killt jetzt. Okay, Ryu nochmal. Das killt nicht. Ah, der macht aber Dickschaden, ey. Nice, vergiftet. So soll es sein. Oh, oh. Komm. Ah, aber der Schaden war super. Burner rein. Versuchen wir es mal. Mit Stärke. Jawoll. Kingdra's Down. Perfekt. Und das letzte Trajanir. 44er. Mit Stärke reinhauen. Dragon Rage. Dragon Rage ist null Problemo. Jawoll, tu it. Nice. Nice, nice, nice. Nächsten Arena Fight gewonnen. Das war nicht schwer. Muss ich sagen. Das war echt gut. Das Cidra King war nicht so stark, wie ich dachte. Und die Dragoniers waren auch wirklich überhaupt nicht stark. Aber ich beschwere mich ja nicht. Damit haben wir alle 8 Orden. Welchen Orden haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? Loll. Wir hatten aber noch die Zippen nicht. Haha. Voll buggy. Ich hoffe, dass es nachher kein Problem mehr in die Liga gehen. Hä? Ich glaube, ich brauche jetzt Tentera. Ich brauche was mit Whirlpool. Kann Tentera. So, wir können kein Whirlpool. Stimmt. Äh. Stimmt. Wo ist Whirlpool? Es gibt hier gar keinen Whirlpool. Es gibt hier gar keinen Whirlpool. Es wird... Nee. Tvm 7. Kein Whirlpool? Was? Okay. Es gibt hier TM Whirlpool, glaube ich. Ach. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal. Ah. Guten Tag, der Herr. Guck, da kommt noch einer mit einem Dragunier an. Da will's doch noch jemand wissen. Ja. Geflinch. Ja. Agilität bringt dir auch nicht viel. Das bringt dir wiederum was. Feindling. Wow. Schön. Oh, ich bin so überzeugt von Fina, ne? Calcium, okay, gleich mal verwerten. Erhöht nämlich den Spezialangriff, das ist gut für, ich würde mal sagen, ja, für Börner sowieso, für Erdbeer auch, für Ryo auch. Ryo macht schon so krassen Schaden, der kriegt das jetzt auch noch. Du solltest nicht hier sein, ich weiß, ich bin trotzdem da. Was willst du denn tun, kleines Mädel? Thunder Punch. Sicherer One-Hit, jawoll. Wegen Horsea kein Problem, wegen C3 sollte es vielleicht auch noch klappen. Ein Magnet ist so ein geiles Viech, ne? Ich habe mich immer noch nicht informiert, ob man hier durch Leveln einen C3 King bekommt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn dem so wäre. Was ist denn das da für, muss man da tatsächlich Whirlpool einsetzen? Oh, zwei Dratinis, such a pity. Bide und Sludge Bomb. Voll brutal, Astratini zerschmettert. Twister, hey, toll, macht Schaden an beiden. Bist du jetzt stolz? Tschüss. Nice. Wart für Schaden, ich drücke. Tatsächlich, das ist ein aktiver Whirlpool. Und man bekommt... Ist da... Habe ich da? Doch, da. Ist... TM. Naja. So wie cool soll das mal lernen. Hier, leer weg. Wofür habe ich so wie cool? Hehehehe. Dankeschön, du Trottel. Ein wildes Dratini auf 13. Das könnte ich sogar trainieren, wa? Hehehehe. Nö. Könnte, wenn ich wollte. KABADO! Nein, nein. Tschüss. I'm sorry, but our master is dealing with gang members. Please come back later. Alles klar. Meister ist abwesend. Hier, was so? Guck ich denn da hoch? Ich will da hoch. Gib mir die Items, die da liegen. Ach, von da wahrscheinlich. Dragon Fang. Nugget? Okay. Lol. Oh, Zertrümmerer hier, oder was? Alter, was ist das für ein Scheiß? Rock Smash. Oh Gott, auch so Ikonen lernen. Alles klar. Begeist, komm hier. Hau drauf. So Ikonen. Braucht ich nicht. Man braucht so Ikonen nicht. Ich brauche es nicht. Dann nutze ich ihn einfach mal als... Alter. Was ist so ein Geier? Wer steht da denn? Und da ist ein Pfeil in der Höhle. Hä? Das ist eine Höhle. Was soll denn das? Seht ihr das auch? Oh, und hier steht noch ein Pfeil. Nach rechts zeigt S. rechts. Aha. Das fordert ja geradezu heraus, dass ich da hingehe, ne? Ich muss da auch rein, sonst kriege ich den Orden ja hier anscheinend gar nicht. Was für eine Scheiße ist das denn? Kein Spaß. Das ist ja echt interessant. Wer ist das denn? Saturn-Grant, was? Wer bist du? Was willst du? Oh, scheiße. Wer ist denn das jetzt? Saturn-Grant? Ah, oder da stand ja gerade ein S. Steht das für dieses Saturn?